Ich bin gespannt. Oh! Das ging uns aber flott. Das ist angenommen klein. Oh, nicht schon wieder... Achso, hast du schon mal einen neuen fancy Anzug gesehen? Der pinken? Hast du denn meinen pinken gesehen? Warum ist die Stream-Quali eigentlich bei 360 gelockt? Nee, bei mir nicht. Deinen Anzug, oder was? Hast du den schwarzen gehabt, aber hast du jetzt wieder gewechselt? Auch den pinken? Achso! Hast du den wegen mir gewechselt oder hattest du den schon? Nö, den hatte ich schon von Anfang an heute. Nee, ich hab den mit dem silbernen heute gekauft, weil ich dachte so, ja. Also wenn, na? Dann nehme ich den pinken. Ja, der macht von der Kuhn. Nee, ich komm an den Rauberstube. Fein! Ja, Kax. Ja, am besten noch 20 Tonnen Auto abnehmen. Ja, am besten noch 20 Tonnen Auto abnehmen. Das sind echt viele Gegner, Junge! Junge! Ach da! Wow! Ja, das ist vorbei. Ich hab hier 20 Tonnen Eier gelegt. Hat der jetzt den? Der bewebt den einfach nicht wieder. Das ist cool. Cool, einfach cool. Ja, direkt weg. Wahnsinn. Weiß mal. Ja, geh jetzt nicht raus, merk dir den lieber den Namen. Oder willst du jetzt den direkt bannen? Sonst müssen wir gleich nochmal uns alle neu formieren. Ja, auf jeden Fall mal auf beenden drücken, dass der raus ist. Ja, gut. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich hab mir den Namen aufgeschrieben. Ja, und ich bin wieder runtergestuft worden. Von einem Match. Ja, ja. Weil's in der ersten Runde passiert ist. Wow. Das gab's im Übrigen auch. Als ich jetzt die Tage alleine gespielt habe, immer wieder Leute, die am Kopf stehen bleiben. Das ist auch richtig. Und das macht keinen Sinn, wenn schon 5 strahle Männer sich positioniert haben. Und die Wurf-Funktion benutzt auch keiner mehr. Kein Wurf-Funktion. Ja. Und zwei Spielen gegen die Lappen. Ja, ich guck mal, ob ich diesen Monat noch den Katalog soweit wie möglich hochlevelt kriege. Und dann können wir ja nächsten Monat dann gucken. In Splatoon 2. Also hätte ich eher Bock drauf. Ja, können wir auch mal wieder machen. Aber ich meinte jetzt die anderen, nicht uns. Ja, ja, nee. Ich weiß, was du meinst. Ja, Lukas sagt doch, der stand neben denen. Wir haben das gesehen aus der Entfernung. Das war dem scheißegal. Jetzt kannst du dir echt nicht ausdenken, wie die hier manchmal spielen. Ja. Übelste asoziale irgendwas, ey. Richtig. Da kommt dieser blöde random und macht mich überall schlecht. Wie ist der Pixie? Der Pfirsich-Junge oder so? Nee, können wir ja gleich gucken hier. Ja, natürlich. Von der anderen Seite. Ja, wir sind achten unten. Mh. 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 Ich so, ach scheiße, ich habe eine 197 und der hat noch nicht über dir ist. Wie hieß der jetzt? Irgendwie Elo oder sowas. Der hieß A-J-O-A-J-O. Und der davor, Ethel. Ja. Und dann irgendein komisches Zeichen, 2001. Wahrscheinlich sein Geburtsjahr. Wahrscheinlich Runden, die er verloren hat hintereinander. 2001, ne? 2001, ne? Der 1 ist ein Gerücht. Wir verkaufen ihn. Ja. Könnte jetzt noch mal kommen. Ja, aber wir brauchen noch einmal. Da ist der ganz voll. Jetzt kriegen wir wieder die anderen alle. Also ich habe jetzt vier Namen aufgeschrieben, die ich mal nicht blockiert habe. Das ist, glaube ich, die Anzahl an Leuten, die ich noch nicht in dem Spiel blockiert habe. Ja. Keras, Lukas. Und Prinzess. Das ist alles blockiert. Und mich selbst natürlich. Nein, du blockierst mich nicht, denn ich... Ich blockier's selbst. Mal gucken, ob das was bringt, wenn ich das jetzt spame. Na unten, oder was? Was hat sich denn meine Kamera jetzt so komisch... Ich muss mir überlegen, was von Filmen ich vielleicht gucke. Vielleicht auch mal mitkommen. Ich will ja nochmal den Dolly-Film gucken. Geht ja auch nur fast drei Stunden. Jetzt halt die Filme von damals ging manchmal echt lang. Das waren jetzt wirklich so Filme, wo du... Ja. Wo du im Prinzip so nach dem Motto, ja, du kannst morgen wiederkommen. So. Das war... Das war... Das war ein Film. Morgen kommt der Zweifel so. Oh. Ja, Nachbar. Oh, hier ist der Nachbar. Wo ist denn von da jetzt hergeglitscht gekommen? Ey, die ist hier einfach die Wand hochge... Toll. Geht mal so weg, sicher ist das. Auch noch weg. Geht mal so weg, sicher ist das. Noch ein dritter Nachbar. Ja, vielleicht noch 20 Raketen. Ja, ich wollte tot sein. Ich weiß. Ich krieg zwar nur noch die Sniper, aber von mir aus... Ich hab irgendwie Angst, dass Nebel kommt. Ach, warum sagst du es? Ja, das liegt wahrscheinlich jetzt daran. Habe ich das jetzt gesagt? Ja, bestimmt! Was denn sonst? Denkst du, da sitzt Herr Nintendo und drückt den Knopf? Ja, Junge! Danke euch! Habe ich noch erwischt! Wirklich! Schau schlafen! Ich habe die Eier sogar von hier unten aus direkt in den Box, das ist ja geil! Okay. Habe ich das immer gefragt? Oh, das ist wirklich ein Tierarren. Oh, das ist wirklich ein Tierarren. Oh, das ist wirklich ein Tierarren. Hier gibt es. Das ist klar! mal gucken vielleicht kommt er jetzt der große der große das beste ist ich habe den schlappern mit dem schutz zurecht mit meiner war das reihe lässt ob ich es ja keine auf dem hei weil da eine sekunde zu langsam war ja zwei strahle männer wieder beide auf mich strahlen gekreuzt sehr schön jung jetzt treff ihn doch ich kann nicht mehr jedes mal so eine scheiß kackwurst hier das war's wieder wieder keine tinte das dauert immer so lang ich bin nur gestorben in den letzten runden ja ich würde gerne noch mal einen versuch starten ansonsten ach so ja der eine teammate der random der ist zwar kein einziges mal getroffen hat aber auch keine 500 obwohl wenn wir jetzt welche nicht schafft vielleicht mache ich dann noch mal so lange wenn ich dann morgen heraus finde dass ich doch gar nicht frei habe dann heißt es nur penis 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 ja ich bin so weit also für mich sieht es so aus als wenn sie bereit ins bett zu gehen ja ich bin so weit wenn es wenig sein dass sie wenn uns trotz bärwaffen nichts können ich habe keine also ich würde sagen so okay ich hatte auch am anfang probleme aber die sind alle schlecht aber bei manchen sachen da kann ich das echt nicht nachvollziehen das ist ja noch hohes wasser und das ist ja noch nicht mal man könnte ja so sagen okay man kann es nachvollziehen aber man machen ja nichts also die machen der teils wirklich gar nichts nein wie weit hat er mich jetzt weg geschoben aber von der einen zur anderen seite ehrlich aber hochwasserstand ist das viel leichter besonders bei den waffen und dreimal den schlopfer also wirklich alles durch man kann die eier direkt weg bringen das ist auch gut und zweimal normal ja das sieht man immer jetzt hat sie erfahren gehalten oder ich runtergesprungen bin bestimmt das ist noch zu viel zu viel verdient jaa fliegen amtis hier ist die kreise platzt einer tot neu da wo ich mit dem jetpack gespawren ist da war es zu umreifer der gerade runtergesprungen ja ich bin direkt daneben gewesen nur voll viele von denen ja wir haben wir noch ja zweitrot und disconnect ach so lucas ist raus ja geil jetzt pass auf kommt normaler runde von anfang an ja garantiert und dunkel und was auch wenn jetzt nebel kommt ja als kannst direkt den kontroller wegschmeißen ehrlich das ist doch nicht wahr kommt ein heil hast du noch eine ulti ja ja welcher das ist ein strahler ja und daneben wieder kommen wir jetzt hoch komm ein ei junge jetzt muss ich noch 6 minuten warten die wollen nicht verarschen das kann nicht sein gegen einen biskollekt ja warum nicht so dass man natürlich ich noch ein bisschen noch ab ja theoretisch sollte es reichen ich werde noch den dicken gekippen wunderbar so normal ja nein ich habe keine tinte mehr ja 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 aber dann spielen wir danach nicht mehr lukas weil ich wollte heute nur noch die noch mal sehen ja ich fasse auch habe es zehn prozent von dem Tod ja ja bzw wollte auch nicht mehr ja wenn wir das nicht schaffen ich habe die snipe war und er landet auch noch und er landet auch nach von einem kleinen salmo bin ich erledigt Wunderbar Ja, klar Ich hab den Boss hier oben Ich weiß noch nicht, ob ich den da oben Halten soll Ja, ich glaub noch Ja, ist Wobei, komm mal runter Komm runter Komm runter Wo ist er denn jetzt hingefroren? Darf ich mich auch noch Gelegen spielen? Ja, voll gekriegt Oh Gott Boah Jetzt kriegt man bestimmt nur Scheiße Jetzt bleibt das Bild wieder bei mir stehen Vertraue dem Meer Gut, dass wir noch so einen Abschluss hatten Rockige Muskelfrau war das Ich hab sogar die meisten Punkte Oh, was sieht denn so aus? Und ne neue Katalogstufe Auch schön Oh, schön Da ging mir aber in den letzten Momenten auch wirklich die Pumpe Da krieg ich vollgekreis Na ja mal Oh, ja Wie wenn man die Sniper hat auch immer so der ganze Bildschirm mit vibriert Oh, schön Feuerwehrmann Ja 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 Das ist auch Das ist auch gut Sehr, sehr schön Schlafe 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 Das ist so bescheid Schlafe Schlafe Oh Mal schusch Natürlich Gar kein Geld bekommen Nur Nur Kleidungsstücke Na egal Ja Dann würde ich sagen Wenn ich ausbett Schlafe Und du bist jetzt weg Oder? Ja 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 Dann Das wird tun alle Gute Nacht zum Video Okay Spannende Das ist� bass Untertitelung des ZDF für funk, 2017